Heute am 30. April 2021 habe ich hier Folgendes entdeckt. Ja, ein sehr hübsches Gesicht. Und hier steht Fett weg durch Kälte. Ja, wie soll man das jetzt verstehen? Fett weg durch Kälte? Naja, da muss man doch normalerweise nur im Winter bei offenem Fenster schlafen. Dann nimmt man ab. Oder wie ist das jetzt gemeint? Fett weg durch Kälte. Da sind überall Pfeile, damit man weiß, wo es lang geht. Ich meine, das wüsste ich auch ohne Pfeile, also davon ab. Bei dieser hübschen Dame. Fett weg durch Kälte. Kalt duschen geht auch. Oh! Bis zum nächsten Mal.